Servus zusammen, ich muss heute hier ein bisschen reinschreien, weil irgendwie ist mein Mikro hat ein Problem. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Ich hoffe, dass ich das morgen reparieren lassen kann. Es ist Mittwochabend, wir haben den 1. November. Ich versuche zum 5. Mal diesen Film hier aufzunehmen. Ich hoffe, diesmal klappt es. Wir haben 18.25 Uhr. Bevor ich anfange mit dem DAX, nur dass ihr das nochmal wisst, da kommen noch alle möglichen Zahlen in den nächsten Tagen, jetzt unabhängig von der FED. Morgen kommt BOS, das wird interessant, die waren bei 75 hoch und sind dann auf 55 runter. Das ist jetzt ein ziemlich gutes Supportniveau hier. Hängt von China ab. Da kommt Fresenius morgen, da kommt die Lufthansa vorbörslich, SGL Carbon, Zalando. Ich weiß, da sind Scout24, sind einige dabei. Bayerische Motorenwerke, also da kommt Vonovias auch am Freitag. Da kommt jede Menge, nur dass ihr das im Auge behaltet, was da alles kommt. So, und jetzt mal zum DAX. Am Freitag hatte ich geschrieben, der Master Support ist 14.625 und das bleibt da auch nach wie vor. Das ist dieser Bereich hier unten. Haben wir eigentlich ganz gut jetzt hier gesehen. Wir haben heute Mittwoch, das ist der Montag, sind wir eigentlich langsam, fast qualvoll nach oben gestiegen, aber wir sind gestiegen. Jetzt im Moment handeln wir hier, wo sind wir denn? Wir sind bei 14.915. Und ich finde, es sieht eigentlich grundsätzlich ganz okay aus, auf Tagessicht her. Wir bekommen ein relativ frisches noch Kaufsignal über den Oszillator. Wir werden positiv über das MACD. Wir waren außerhalb des Bandes, sind wieder dran. Wir sind innerhalb von dieser schrägen Linie hier, wobei der ich nicht mehr so viel Bedeutung beimesse. Aber, das werden wir jetzt gleich im 4-Stunden-1-Stunden-Chart sehen, wir sind jetzt hier an das Back-to-Breakout gegangen. Einmal, zweimal sind wir durch, runter und sind jetzt da genau wieder hängen geblieben. Da, hier in diesem, genau, ziemlich genau da. 14.950. Ich runde leicht. Das ist der erste Widerstand. Der zweite ist die Verbindung aus der 20-Tage-Linie mit diesem Gap hier vom 19.10. Das ist auch alles bei 15.040. Das heißt für mich, auf Sicht auf den Tag sieht es so aus, als ob dieser Master-Support hier unten bei 16.25 erst mal in den nächsten Tagen halten wird und das der erste Widerstand ist. Danach geht es dann erst hier oben in dieses Territorium rein. Da muss man mal schauen. Das möchte ich gerne erst mal sehen hier, die 20-Tage-Linie. Aber, mit Blick auf die 4 Stunden und Stunden, fällt mir Folgendes auf. 4 Stunden, das stabilisiert sich auch vor dem Niveau. Das heißt, da ist auch kein, ja, wie gesagt, da bilden sich jetzt Widerstände rein, auch kommend durch den eben schon besprochenen, das war das alte B, 14.950 und danach die 15.035. Wir sind aber auch schon sehr hoch über den Oszillator hier. Also da scheint mir nicht so viel, da muss schon was Heftiges passieren oder haben bei der FED, als dass wir da drüber gehen. Wie gesagt, FED kommt noch, 19.30 unsere Zeit. Auf Stunde sieht das auch nicht viel anders aus. Da sind wir schon, das ist ein fieses Hochgewackel, ja. Man sieht es an diesen langen Kerzen und Dorten, also wie man in Dorten und Lunden, das ist sowas zum Beispiel hier. Aber auch hier, wir gelten als relativ hoch über das MACD. Wir bekommen einen leichten Abfall. Wir stehen kurz vor einem kleinen Verkaufssignal hier. Und vor dem Hintergrund ist dieser Bereich um die 14.059 schon wichtig, aber die 15.030, und da gucke ich ja gern drauf, ist schon Widerstand. Ganz kurz zu diesen Ansparplänen. Ich habe die komplett zugemacht bei 14.750. Da sind, das war irgendwann hier, weiß ich nicht, da waren wir deutlicher drunter, sind wir da gestiegen. Da habe ich gesagt, nee, das nehme ich jetzt mit. Das sind 1200 Punkte für die seit Mai nicht gekauften Pläne und jetzt läuft es also ganz normal weiter. Ich habe auch heute den November schon gekauft. Jetzt lasse ich es wieder laufen. Das ist auf Sicht von 5 oder 10 oder 20 Jahren, macht das nicht viel aus, was ich da jetzt gemacht habe. Aber das ist halt so der Händler in mir, das waren 1200 Punkte. Dankeschön und weitermachen. Die Scheine. Na, komm her. Da muss ich jetzt erst nochmal hier auf den Tag gehen. Denn, weil da habe ich mir auch was zu gedacht. Und zwar, na, komm her. So, hier ist er. Also, um die 20 Tage, die in die rum, wahrscheinlich so 15, 20 Punkte vor ihr, sprich so um die 15.020, möchte ich diesen Putti erstmal kaufen. 15.962er, im Moment ein 14er Hebel. Ich sehe jetzt nicht, dass jetzt hier die Hossa ausbricht. Die Meinung muss ich erst ändern, wenn wir hier über der 15.650 sind. Dann muss ich es ändern. Aber momentan sehe ich das jetzt erstmal nicht. Ich will auf jeden Fall um diesen Bereich welche kaufen, weil ich dann davon ausgehe, dass wir nochmal so einen kleinen Taucher nach unten machen. Die kaufe ich 20 Punkte vor der 20-Tage-Linie, aber auch 30 dahinter, 50 dahinter, 80 dahinter, 130 dahinter. Das ist eine, das ist die GQ 51.27. Aber ich gucke mir auch die Calls an hier, das ist ein 14.024er, im Moment ein 16er Hebel, wenn wir nochmal hier in diesen Bereich 14.750 gehen. Also grundsätzlich habe ich noch ein bisschen Vertrauen zu dem Markt für die nächsten paar Tage, aber noch nicht für lange. Ich möchte jetzt gerne mal das Touchieren der 20-Tage-Linie sehen und dann mal gucken, wie es weitergeht. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.